Das war jetzt aber lustig, also ich fand es jetzt cool, warum das Spiel gecrushed ist. Da zum Beispiel, da sind Roboter und so ein... So Leute, weiter geht's, bei Futos gerade das Spiel abgeschmiert, das heißt, ihr seht das Ganze jetzt weiter aus meiner Perspektive. Noch schlimmer. Ja, noch schlimmer. Hier ist noch Loot. Ah, fast war es verkehrt eingegeben. So, ich denke mal, Futos kann dann auch wieder mit rein scheunen, sollte eigentlich nicht reinkommen. Ja, wer das sein Passwort wiederfindet. So, hier ist noch mal Loot. Ja. Das ist nichts drin, geil. Futos ist der Kuppel eingetreten. Wack ist, hier ist noch so drauf. Ja, Futos ist bei mir. Gleich mit zwei Loot-Dingern wieder. Juhu, du seid hier. So, ja. Das ist halt noch dahin. Also, wenn du nimmst jetzt weiter am besten auf, weil, Pio, das muss man jetzt sammeln. Der hat schon da zwei gekämpft. Okay. Aber jetzt sind noch mehr, glaube ich. Naja, das war aber lustig. Ich fand jetzt gut, warum das Spiel gecrusht ist. Da zum Beispiel, dass ein Roboter und so ein... Warte, das müssen wir alle auf einmal schießen. Alter, der Triebel ist die Ausweichmanöver. Jetzt deswegen schießen wir alle auf einmal drauf und dann sind wir weg. Heisschuss machte nämlich nichts. Ja, doch, Herr Hatter. Oh, das ist ja Klaas. Hey, Roboter, 3 zu 1. Ja, ich habe ihn. Und auf den Roboter. Gut, Roboter, da und Kamera voraus. Und noch eine Kamera. Ich muss die Kamera direkt über der Tür. Vorsicht. Nicht durchlaufen. Nicht durchlaufen, wer auch immer in der Tür steht. Geht nicht dumm. Jawohl, hab ihn. Kann ich jetzt durch, oder? Ja. Fusionskern wird Fusionsprozess verbraucht. Ja. Ich habe ein nächstes auch was fusioniert und habe auch nicht ein bisschen gepimpt. So, von den Robots her. Oh, warte mal, hier ist Klaas. Nein, so, tut er, lass es. Nichts, Alter. Weil hier ist auch kein Terminal. Aber hier geht nicht, Klaas. Roboter nähert sich. Hast du Robots? Robots. Wir sagen, wir bleiben mal hier, ne? Ich würde sagen, wie öfter die Tür. Ja, die zu inkomententen Tür zu öffnen, ich weiß. Dave. Nein. Wo? Weht schon. Oh, das Headset ist aus. Vom Roboter. Hammer. Jo. Unter uns sieht safe aus. Oh, oh. Scheiße. Vom Roboter, warum sprichst du ingame? Was mache ich gar nicht? Du hast gar ingame gesprochen, obwohl das ihm ist nahrt. Ach so. Äh. No. Weiß ich nicht. War ja keine Absicht. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist für so ein komisches Sensor-Ding. Herr Vorsitzender, hier sind wieder Gegner. Ja. Hier. Wir haben noch neun Gegner vor uns und ich denke, die werden auf einmal kommen. Ja, langsam jetzt. Low, low, low. Doch, noch ein bisschen zu langsam gewesen. Wo seid ihr? Ich habe den Alarm wieder zurückgesetzt. Da hinten ist Loot. Da hätten sie Gegner. Hä? Ich habe gerade den Bogen, äh, mein Nahkampfding und den Bogen gleichzeitig ausgerüstet. Nur so gut. Ich habe beides in der gleiche Hand. Guck mal, da ist er. Ich finde es nicht so cool, weil ich habe den Bogen jetzt genau, äh, den Schlagstock genau im Bogen, wie es hier quasi, wenn ich näher rangehe. Das ist voll die Sichtfeldeinschränkung. Gut. Sauber. Irgendwie glaube ich dir nicht, dass die Halle hier sauber ist. Aber ich glaube, sie ist wirklich sauber. Nee, es ist rot noch. Nee, weil wir ist es nicht rot. Doch, bei mir ist es auch noch rot. Ah, jetzt ist er wieder rot. Rot. Das war gut. So, das. Da links, da links. Roboter. Ab ihn. Da links? Ja, hier. Genau der, wo ich gerade abschieh. Oder ist da und da ist da. Da ist noch ein komischer Fadke. Und der ist weg. Da kommt wieder einer. Alter, was sieht zwischen aus haltbar. Boah, no school. Get to action. Alle getötet wird. Okay. All ist hier noch weg. Und ich denke, vielleicht kommt doch mal weg. Also vorsichtig. Vorsicht, Kamera. Und weg. Hey, das ist noch einer auf der anderen Seite. Ich hab's. Okay, alles clear. Keine Fall, glaube ich. Hä? Wechsel auf deine zweite Woche. Ich hab auch nur noch 30. Ich hab noch 2 und 15, oder? Ja, du musst auch wieder nachgeschönt. Nee, du musst auch einfach aufsammeln. Ich sammle hier alles. Ich sammle hier die ganzen Lut, aber ich krieg nirgends Pfeile. Die sind schon wieder mit Behältern. Ich hab nur Schurzwind-Munition. Ja, ich hab die ganze Zeit. Wir sollten einen Schottengast spielen. Ich bin dafür, dass wir die nächste Mission echt mal mit den Sturmgewehren spielen oder so. Siehst du das? Dass wir einfach mal Akro spielen. Ja. Das ist noch nicht Akro-Rinale. Hä, bist du mir hier runter? Ja, Raum, hier ist geil. Ja, hier rum. Ja, bist du wieder runter? Hier rum. Ja, das ist hier rum, wo wir beide sind. Ja, ach nee, wir müssen wieder runter. Hä, und wir müssen irgendwie wieder hoch? Nein, 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 stopp, wir müssen irgendwo hoch. Da, gerade durch die Leiterungsschacht. Nein, Futter, du bist falsch, wir sind richtig. What? Alter. Das kann sein. Ist hier noch mehr? Nee, sieht safe aus. Ja, aber ich sei nicht wieder hochgekommen, also. Ja. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab's gesehen. Looter, Rauber. Jetzt müssen wir, glaube ich, hinkommen. Jo, das ist jetzt der Ausgang. Jawohl, juhu. Oh, Dropkick gegen die Wand gemacht. Missed in possible. So, machen wir noch ein, oder? Jo, würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal, wahrscheinlich in einer Runde, mit Sturmgewehrn, und bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao. 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 Vielen Dank.